Zuschauerschaft ist es Sonntag 18 Uhr mit eurem Gehörst... Saschka! Warte mal, irgendwas ist hier anders. This is your girl, Saschka! So, jetzt können wir nicht anfangen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass die Influencer-Werbung immer seltsamer wird. Ob es Lottoland ist. Aber eine Frage habe ich, was macht man mit 2,5 Milliarden Euro, wenn man die gewinnt? Äh, so ungefähr 2,5 Milliarden Teile auf Treniol mit Tanjas Code kaufen. Ein 7-Tage-kostenloses Abo für eine Erwachsenenseite. Klicke also auf meinen Link unten in der Videobeschreibung, um ein kostenloses Probeabo bei Cheeks zu starten. Oder doch der Sommerdrink eines Spirituosenherstellers. Es wird das neue Getränk vorgestellt, welches so ausschaut. Und dieses Sommergetränk hat 20% Alkohol nur. Und ich frage mich, wird Werbung immer erwachsener? Denn wer ist die Zielgruppe? Wird hier die Verantwortung des Influencers wirklich wahrgenommen? Ich würde am liebsten so ein... Oder hängt diese nur von der Höhe des Budgets ab? Das alles heute live am Sonntag mit eurem Gehörstaschka. Bevor ich auf die gezeigten Beispiele eingehe, muss ich zum Verständnis nochmal den Einfluss von Influencer-Werbung erklären. Denn laut einer Studie kaufte jeder fünfte Produkte, welche Influencer empfohlen haben. Ob es das zehntausendste Set von einer Sportmarke ist. Was ich anhabe ist von Ocean's Apart. Ich habe euch das schon mal gezeigt. Ich liebe das. Es ist super bequem. Das Fast Fashion Label von nebenan. Das Oberteil ist auch von Treniol. Oder wenn man ganz faul ist, macht man einfach Werbung für einen anderen, der Werbung macht. Schaut gerne mal bei Tanja vorbei. Sie hat euch gerade wieder ihre neuesten Trendiol-Klamatten gezeigt. Was macht dieser Typ noch im Internet? Influencer sind mittlerweile normaler Bestandteil des Alltags. Sie nehmen uns nicht nur mit in ihren Alltag, sondern zeigen uns auch noch ihre Empfehlungen. Ich beispielsweise mache keine Werbung, weil mich auch keine Firmen anschreiben. Ich frage mich, woran das liegt. Aber dafür liefere ich einmal im Monat ein geiles Bild ab und dann bin ich weg. Also folgt mir gerne für okayen Content, würde ich mal sagen. Jugendliche wollen ehrliche Werbung. Ehrliche Empfehlungen. Von den Leuten, die sie abonniert haben. Und sie erkennen darin auch einen Nutzen. Denn die meisten bringen Rabattcodes mit sich. 10, 20 oder sogar 50%. Luisa 50. Damit spart ihr Ganze 50%. Und diesen Code wird es auch nicht mehr so schnell geben. Also beeilt euch auf jeden Fall. Auffällig, besonders die jüngere Zielgruppe lässt sich besonders einfach zu einem Einkauf verleiten. 43% der 16-24-Jährigen kauften laut einer Studie Produkte, die Influencer ihnen vorsetzten. Ich meine, empfehlen. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass Influencer-Marketing und Werbung per se nicht schlecht ist. Es kommt nur darauf an, wie oft das kommt und für welche Produkte geworben wird. Und vor allem, wer dafür wirbt. Firmen setzen also auf Influencer, weil es sich lohnt. Aber tut es das wirklich? Es gibt normale Firmen, die eigenständig funktionieren und Social Media und Influencer als eine Art Nebeneffekt einsetzen, um auch mit der Zeit mitzugehen. Was mir da jetzt als Beispiel einfällt, ist Aldi und die Jeremy Fragrance Werbung. Auch wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich davon halten soll. Und dann gibt es noch Influencer-Firmen, die primär auf Influencer aufbauen. Beispiele sind Hello Body, Oceans Apart, Produkte, die vielleicht wirklich gut sind, außer dem hier natürlich, aber ohne Influencer-Werbung nicht überleben könnten. Und darunter leidet das Image. Denn zu häufige Werbung und vor allem das Werben für falsche Dinge kann die Sicht auf den Influencer verändern. Denn neben Sportkleidung, Haar- und Hautprodukte oder Pizzen werben immer mehr Influencer für Sachen ab 18. Erst vor kurzem brachte der Hersteller Absolut-Wodka eine neue Flasche mit einem neuen Design raus und einem neuen Alkoholgehalt. Passend zum Sommer luden sie eine Menge Influencer ein, veranstalten eine große Party mit einem Partybus und ließen ihre neue Flasche abfeiern. Seht selber! Denn wir sind eingeladen in Köln beim Absolut Sensation Tropical Fruit Event, würde ich jetzt mal sagen. Es wird das neue Getränk vorgestellt. Dieses Sommergetränk hat 20% Alkohol nur, was gar nicht so viel ist. Das heißt, es ist eher so ein bisschen was Gemütliches zum Entspannen, abends vielleicht noch so auf der Terrasse. Ihr kennt doch so Leute, die so in Wein belesen sind, oder? So Wein-Sommeliers. Leute, ich bin das auch, halt nur mit Wodka. Boah Leute, das riecht so abnormal lecker. Ich würde am liebsten so ein... Ich weiß, das wird mein Summerdrink 2023. Und ich freue mich schon stark auf dieses Afterwork-Event. Denn wir feiern Absolute Sensations. Das ist ein... A neue Launch von Absolute Wodka. Und ich darf dabei sein. Das Ganze hat nur 20% Alkoholgehalt. Und wir feiern heute so ein kleines Afterwork. Auf den Aufnahmen findet man teilweise Disclaimer, wo drauf steht, bitte teile diesen Beitrag nur mit Person über 18. Genuss mit Verantwortung.de. Manche dieser Aufnahmen trugen auch keine Disclaimer, sondern sie glorifizierten eher den Alkohol mit Aussagen wie... 20% Alkohol nur, was gar nicht so viel ist. Das Ganze hat nur 20% Alkoholgehalt. Absolute Sensation zeichnet sich dadurch aus, dass die Sorte Tropical Fruit nur 20% Alkoholgehalt hat. Mrs. Bella sagt dagegen, dass dieser Summerdrink irgendwie nach Orangeneis schmeckt. Und ich muss sagen, es schmeckt wie das orangene Wasseralz. Also so ein normales Wasseralz, was jeder kennt. Nur, dass es eben 20% Alkoholgehalt hat. Also nur. Und ich habe wirklich oft das Wort nur gehört. Ich meine, wenn ihr schon in die Ecke schreibt, Genuss mit Verantwortung, wie kommt man dazu, nur vor 20% zu packen? Andere bewerten dagegen das Getränk als ein Afterwork-Getränk. Denn die Party hat ebenfalls ein Afterwork-Motto. Wenn ich jetzt hier sitze und meinen Afterwork-Drink trinke, kann ich euch ja mal ein bisschen was erzählen. Denn ich wurde von Absolut auf ein Afterwork-Drink-Event eingeladen. Hier ein Foto, hier ein bisschen mixen und hier nochmal der kleinste Disclaimer der Welt, den man zwischen den ganzen Hashtags nicht mal erkennt. Und manche lassen ihn einfach direkt weg. Immer mehr Influencer machen Werbung für Alkohol. Dabei geht es um das Afterwork-Sunday-Vibes-Feeling. Also darum, mit seinen Freundinnen oder Freunden den Moment zu zelebrieren und zu genießen, egal wo man ist. Get your keys. Get your keys. Get your keys. You got a piece of butter. Eine Selfie Sandra, die ein Gewinnspiel mit einer Alkohol-Marke veranstaltet. Mein Lieblingshobby ist es, einfach gute Pre-Partys zu geben. Und Freunde, ich habe da was für euch. Denn es gehören nicht nur gute Snacks dazu, sondern auch sehr, sehr gute Getränke, wie zum Beispiel Cybers. Und gemeinsam mit Cybers habt ihr die Chance, eine gemeinsame Pre-Party mit mir zu gewinnen. Ja, Ron Bileski brauche ich es an dieser Stelle nicht erwähnen, oder? Doch ist das problematisch? Und wie viel Verantwortung liegt beim Konsumenten? Laut dem Deutschen Werberat gibt es einige Vorschriften, an die man sich halten muss, wenn man Werbung für Alkohol macht. Im Großen und Ganzen soll man zu keinem missbräuchlichen Konsum aufrufen, keine Menschen, die missbräuchlichen Konsum betreiben, zeigen. Vor allem bei Jugendlichen sieht das Gesetz vor, dass die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke nicht in Medien erfolgen soll, deren redaktioneller Teil sich mehrheitlich an Kinder und oder Jugendliche richtet. Und ich frage mich, kann man sich mit diesem winzigen Disclaimer wirklich aus der Affäre ziehen? So wenn er bei manchen überhaupt da war. Denn ja, dort steht, dass man diesen Beitrag nicht mit unter 18-Jährigen teilen soll. Aber die Leute tun ja nicht alles, was du denen im Internet sagst. Mal abgesehen davon, dass das auch niemand überprüfen kann. Hier beispielsweise habe ich frisch eine Werbung gesehen, wo laut dem Werberat eine Kennzeichnung fehlen würde, in der steht, dass es sich nur an 18-Jährige richtet. Stattdessen folgt eine philosophische Werbung zum Hintergrund des Alkohols. Ich finde auch nicht nur der Geschmack hat mich interessant gemacht, sondern die Idee hinter dem Ganzen. Also Zeitgeist soll so ein bisschen für Neuanfänge stehen und für bestimmte Geisteshaltungen. Also dass man mutig sein soll und neugierig bestehende Sachen schon hinterfragen soll und dann auch mal selbstbewusst sein kann. Dafür stehe ich. Und deswegen finde ich den Drink echt passend zu mir. Das ist kein Heilmittel gegen Krebs. Das ist immer noch Schnaps, okay? Und vor allem stellt sich ja die Frage, zeigt ihr nicht diese Beiträge an unter 18-Jährige? Mir sind Statistiken nicht bekannt von diesen Influencern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dort nicht jeder über 18 ist. Denn Instagram ist ab 14. Und laut einer Studie nutzen die meisten 14- bis 29-Jährigen Instagram. Und natürlich werden unter 14-Jährigen nicht mitgezählt, weil es ja offiziell nicht erlaubt ist. Aber Instagram überprüft es ja auch nicht mit einem Ausweis etc. Und man kann das auch objektiv beurteilen und nachsehen, dass es definitiv viel zu junge User auf Instagram gibt. Und auch wenn dort ein Disclaimer steht, dass man mit Verantwortung trinken soll, frage ich mich, inwiefern das verantwortungsvoll ist, Leuten zu erzählen, dass es ja eben nur 20% sind und deswegen der Drink leicht ist. Mal abgesehen davon steht das im Widerspruch zum Leitfaden des Deutschen Werberats, welcher besagt, dass kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke nicht den Eindruck erwecken darf, ein niedriger Alkoholgehalt eines Getränks verhindere einen missbräuchlichen Konsum. 20% Alkohol nur. Das Ganze hat nur 20%. Nur 20% Alkoholgehalt hat. Und würde das Ganze eigentlich auch funktionieren, wenn diese Influencer Werbung für Zigaretten machen würden? Leute, das Ganze hat hier 20% weniger Nikotin. Denn Alkohol wird in unserer Gesellschaft nicht als Droge angesehen, sondern als etwas vollkommen Normales. Im besten Fall ein After-Work-Drink für den Summer. Wenn ich jetzt nicht hier sitze und mal ein After-Work-Drink trinke... Laut dem Bundesgesundheitsministerium konsumieren 7,9 Millionen Menschen der 18-64-Jährigen in Deutschland Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Kennt ihr noch die Reportage von Y-Kollektiv, wo die Frau meinte, dass sie kein Alkoholproblem hatte, aber Schwierigkeiten hatte, 28 Tage lang trocken zu sein? Ich wollte eigentlich heute anfangen, aber jetzt schmeckt es mir so gut. Und deshalb will ich sagen, ich verschiebe dir die Stadt mal auf morgen. Aber sie es nicht einsehen wollte und sich extra in einen Arzt hingesetzt hat, der ihr gesagt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie trinkt. Ungefähr in diese Richtung bewegen wir uns, okay? Analysen gehen von jährlich etwa 24.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum allein oder bedingt durch den Konsum von Tabak und Alkohol aus. Verstehen mich nicht falsch. Ich trinke gerne Alkohol mit meinen Freunden, ich trinke auch mal einen kurzen und ich mag es mich einfach, auf ein Glas Wein zu treffen. Dabei geht es um das Aperol Sunday Vibes Feeling, also darum, mit seinen Freundinnen oder Freunden den Moment zu zelebrieren und zu genießen, egal wo man ist. Aber das sind alles meine Abwägungen, die ich treffe. Ich bin mir das Risiko bewusst, was Alkohol anrichten kann. Abhängigkeit, diverse Krankheiten, wie beispielsweise Herzprobleme, Schlafprobleme, dein Gehirn kann dadurch geschädigt werden, es befördert Krebs, es schädigt die Leber und manche sterben eben an den Folgen von Alkoholkonsum. Alkohol ist nicht weniger schlimm, als irgendeine andere Droge, wie beispielsweise Tabak oder irgendwas, was mit Sicherheit einer von euch nimmt. Jedoch, weil Alkohol breit etabliert ist und über die Folgen nicht so aufgeklärt wird, wie beispielsweise über Tabak, ist es normal, das eben zu konsumieren oder Alkohol mit nur 20% zu betiteln. Pack keinen Disclaimer dahin, wenn du es sowieso verharmlost. Und nochmal an dieser Stelle, diese süße Plörre ist auch mit 20% gefährlich, denn vor allem, wenn es sogar nach Orangeneis schmeckt und man es so einfach runterkippen kann, dann hat man das Verlangen nach mehr und mehr. Und dann sind diese 20% nicht mehr so harmlos. Aber zum Glück sehen das ja nur über 18-Jährige, denn die Menschen tun immer das, was man ihnen sagt. Like mein Video. Aber Alkohol ist keine Ausnahme. Vor einiger Zeit macht er an YouTuber Werbung für eine Erwachsenenseite, wo er von ethisch produzierten Videos sprach und dass man diese in einem 7-Tage-kostenlosen-Abo sich anschauen könnte. Alles ab 18, aber kein Person notwendig. Interessanterweise wurde das Video nicht ab 18 geschaltet, obwohl sich diese Werbung exklusiv an 18-Jährige wendet. In letzter Zeit wurde auch vermehrt Werbung für Glücksspielen gemacht in Form von Lotterien. Hierbei stellte sich bei einer Seite heraus, dass diese illegal war und keine Lizenz für Deutschland hatte. Auch diese Werbung richtete sich exklusiv an 18-Jährige, da Gewinne an unter 18-Jährige nicht ausgezahlt werden, da das Ganze illegal wäre. Verrückt, oder? Keine Konsequenzen für diese Influencer. Loredana brachte ein Produkt mit einer Marke raus, die Vapes macht. Diese hat sie in ihrem Video großspurig promotet und auch auf dem Produkt ist ihr Gesicht zu finden. King Laurie's eigener Migo schmeckt mir ein eiskalter Marshmallow-Bananenbonbon im eigenen Ferrari mit einem Million Cash... Was? Mit einer Million Cash auf dem Beifahrersitz Richtung Sunset. Was vapet ihr so? Wer redet so jetzt mal ehrlich? Und laut dem Werberat darf Jugendsprache wie diese, ich meine offensichtlich redet kein Erwachsener so, nicht eingesetzt werden, da diese Jugendsprache sich ja exklusiv an Jugendliche richtet, obwohl dieses Produkt ja erst ab 18 ist. Auch hierbei keine Folgen für die Rapperin. Katja Krasavice bewirbt Salitos, das Bier, aber die Frage steht sowieso im Raum, wie viel Verantwortung man von Katja Krasavice erwarten darf. Aaron Troschke bewirbt auf jedem Event und bei jeder Möglichkeit seinen eigenen Alkohol mit Leuten, die junge Zuschauer haben, TikTokern und Leuten, die gerade erst volljährig zu sein scheinen. Keine Konsequenz für ihn. Auch hierbei wird der Leitfaden des Werberats umgangen, da hier weder ein Hinweis steht, dass sich das nur in 18-Jährigen richtet, noch hier eine Altersbeschränkung vorliegt für das Video. Aber liegt die Verantwortung bei den Influencern, Rappern, Idolen oder wollen sie diese überhaupt nicht tragen und sie einfach an die Konsumenten abschieben? Die Verantwortung, die sie in ihren Storys kommunizieren, geben ihnen mit Sicherheit die Firmen vor. Denn ich kann mir beim Besten nicht vorstellen, dass diese sich wirklich dahingesetzt haben, um zu schauen, was denn der Werberat zur Alkoholwerbung sagt. Von ihnen persönlich kommt mit keinem Wort, dass man mit Verantwortung trinken muss. Und ich meine, das ist eine bezahlte Kooperation. Wenn du privat in eine Bar gehst und dich beim Bier trinken zeigst, etc., dann verlange ich auch nicht von dir, dass du sagst, Leute, passt auf, das ist nur ab 16 und das ist nur ab 18. Es sei denn, man ist so ein Ron Bileski oder Marc Eggers und dein Content praktisch nur auf Betrunkenen aufbaut. Also statt wirklich ehrliche Disclaimer in die Story zu packen und das wortwörtlich zu sagen, Leute, passt mal ein bisschen auf, was ihr da trinkt und wie viel ihr davon trinkt, kommen nur Aussagen wie Absolute Sensations Tropical Fruit mit 20% Alkohol und einem Hauch von Szechuan Pfeffer. Oder auch nur einfach ein Review, weil hey, es ist immer noch eine bezahlte Kooperation. Schmeckt wie das orangene Wasser. Und den Tag darauf folgt auch schon die nächste Kooperation, denn hey, der Tag hat nur 24 Stunden und die Sachen zahlen sich nicht von alleine. Es sei denn, du bist Mrs. Bella und du machst alles nur auf Kooperationsbasis, wie damals bei ihrer Küche. Für alle, die das nicht richtig verstanden haben, ich schmeiße mein Geld nicht zum Fenster raus und mache jetzt in der Mietwohnung mal kurz locker easy 80.000 oder so rein. Meiste zum Beispiel sowas wie die Küche läuft auf Kooperationsbasis. Ich gebe keine 50.000 Euro für eine Küche ein, die ich nachher in der Wohnung lasse oder für Einbauschränke, die ich nachher in der Wohnung lasse. Das läuft auf Kooperationsbasis, sonst würde ich das nicht machen. Also ich habe kein Geld zu verschenken. Es gibt Leute, die tatsächlich Geld für Produkte ausgeben. Boah, peinlich. Wären Moral und Verantwortung die Attribute der Influencer, würden sie für das hier keine Werbung machen. Doch in diesem Land ist es zulässig. In beispielsweise Frankreich ist Alkoholwerbung nicht erlaubt. Influencer, die Werbung für Alkohol machen, werden entweder freundlich darauf hingewiesen oder abgemahnt. Doch bringen Verbote überhaupt etwas? Per se geht es mir nicht um Verbote, sondern um die Verantwortung und die Außenwirkung, die die Influencer mit sich bringen. Wenn man privat trinkt, privat raucht, privat irgendwas zieht, ist das immer noch deine Privatsache. Aber wenn du Zuschauer für Geld dafür animieren willst, einen Summer Drink, einen After Work Drink zu dir zu nehmen oder eben es doch die Lotterie ist oder doch die Erwachsenenseite, dann ist es mir wiederum nicht egal, auch wenn man hinschreibt, dass es ab 18 wäre. Ganz plump gesagt, sie sollen Leute aktiv dazu animieren, zu trinken. Kann man denn wirklich nachverfolgen, dass 18-Jährige sich das anschauen und ist es dann immer noch in Ordnung, auch wenn deine Zuschauerschaft aus nur 18-Jährigen bestehen würde? Ist es dann immer noch in Ordnung, die Leute zum Trinken zu animieren, zu diesem Orangeneis? Und was für ein Signal sendet es für diese Art von Dinge zu werben? Wollen wir es damit normalisieren, entabuisieren, es eingliedern in die Gesellschaft? Geht es hier wirklich um persönliche Ansichten, um Verantwortung, um eine persönliche Präferenz oder geht es hier einfach nur um einen richtig guten Deal? Firmen wollten ihr Produkt an den Verbraucher bringen? Es ist auch verständlich. Aber sollte mir jede Firma tolerieren, für die euer Lieblings-Influencer-Werbung macht? Vor allem, wenn man bedenkt, welche Gruppe am anfälligsten ist, Produkte von Influencern zu kaufen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben als ich. Diskutiert gerne in den Kommentaren. Ich gucke auch ab und zu mal drüber. Und bis dahin könnt ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, mir ein Abo und dann würden wir uns nächste Woche Sonntag 18 Uhr bei einem neuen Video wiedersehen mit eurem Girl Sascha. Ich trinke jetzt hier meinen Wodka mit nur 40 Prozent. Ciao!